Hier haben wir einen ganzen Schwarm von Raben. Jetzt hören wir sie an. Ich bin der Flamur Schola, wir sind den 30. September 2021. Das haben wir hier schon länger gesehen. Das sind gerade mehrere Raben auf einem Haufen sind. Oder Kreien. Schweizerdeutsch in meinen Tüchern. Wir müssen schauen und warten, bis sie wieder zurückkommen. Gerüter für Diney. Ja. Es ist eine richtige Richtung in den K200. Die K200 hat 70. Daher bis dem K200 ist fast. Das ist einUEg tut. Vielen Dank. Hier habe ich noch den Buswark, den nehme ich auch noch kurz zurück. Ja, das ist gut. Ich muss noch zwei Teile aus, aber das ist gut in Konditionen. Seht man ihn noch überhaupt? Da muss er noch hochschwenken. Da ist er. Oder sie. Das kann man nicht unterscheiden. In Russland weiss nie, ob es ein Mann oder ein Weibchen ist. Jetzt muss er noch mal schauen, wie man das erkennt. Und warum man das erkennt. Dann wird er stolz. Das kann man nicht unterscheiden. Das kann man nicht unterscheiden. Da war das, was man nicht unterscheiden. Da war die Bremse. Da war auch alles gut. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.